Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Mac and More. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr unter Debian 10 einen PXE-Netzwerk-Boot-Server aufsetzen könnt. Bevor ich nun mit dem Video beginne, möchte ich zunächst erstmal klären, was PXE ist und was wir heute genau machen wollen. PXE, also das Pre-Boot-Execution-Environment, ist grundsätzlich erstmal die Fähigkeit, der Netzwerkkarte in meinem PC von Dateien aus dem Netzwerk zu starten. Heutzutage haben fast alle gängigen Netzwerkkarten von Realtek, Intel und Co. diese Funktionalität mit an Bord. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, mit SysLinux und TFTP als Dateidienst diese bootbaren Dateien im Netzwerk bereitzustellen, um zum Beispiel Installer, Live-CDs und andere nützliche Tools zu booten. Dies spart uns Zeit, weil wir nicht jeweils immer extra USB-Sticks oder DVDs erstellen müssen. Viele von euch werden sicherlich wissen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie ich ein Medium von einem Rechner booten kann. Der klassische Legacy-Boot-Modus und das neuere UEFI. In diesem Video fokussieren wir uns nur auf UEFI, weil das heutzutage eigentlich jeder Rechner, der jetzt nicht ganz alt ist, beherrscht. Und das Ganze, besonders im PXE-Bereich, einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Für dieses Video zeige ich euch, wie ihr einen Debian 10 Installer im Netzwerk bereitstellen könnt. Ihr könnt das Ganze selbstverständlich auch noch mit vielen anderen ISOs und CDs und so weiter machen. Beachtet dabei aber immer die PXE-Kompatibilität. Zudem ist der Vorgang und das Einrichten hier immer etwas anders. Ich biete euch hier aber erstmal eine Basiskonfiguration an, die dann das Einrichten und Einbinden weiterer Images erleichtern sollte. Wichtig ist auch, dass ihr gutes Netzwerkequipment habt. Das bedeutet, dass die Leute von euch, die zum Beispiel eine Fritzbox oder ein Speedboard nutzen, das nicht machen werden können, weil wir dafür in die DHCP-Serverkonfiguration eingreifen müssen. Ich für meinen Teil werde das hier am Unify Security Gateway zeigen, ist aber selbstverständlich auch mit PFSense und anderen Routern mit erweiterter Funktionalität möglich. Grundsätzlich geht es nicht mit Fritzbox und Co., weil hier einfach die Konfigurationsfelder des DHCP-Servers fehlen. Man könnte hier zwar durchaus einen eigenen DHCP-Server aufsetzen, müsste dann den Integrierten deaktivieren. Das ist aber ziemlich kompliziert und führt oft zu Fehlern im Netzwerk, weil dann eben die Geräte nicht mehr die entsprechenden IP-Adressen bekommen und deshalb würde ich das nicht empfehlen. Um nun mit der Installation zu beginnen, habe ich mir hier schon mal auf meinem Proxmox-Server wieder einen Test-Container erstellt. Auf dem läuft Debian 10. Ich habe ihm 512 MB Arbeitsspeicher, einen CPU-Kern und 8 GB Festplatte zugewiesen. Je nachdem, wie groß eure Images werden, die ihr booten wollt, müsstet ihr das entsprechend anpassen. 512 MB RAM sind meiner Meinung nach optimal, da wir hier nicht sehr viel Leistung benötigen. Im Prinzip werden ja nur Dateien bereitgestellt. Alle Befehle, die ich in diesem Video verwenden werde, findet ihr auch wieder im begleitenden Artikel auf meiner Webseite. Ich beginne erstmal damit, dass ich mir alle benötigten Pakete installiere. Wir brauchen nämlich für diesen Teil einmal den SysLinux Common, SysLinux für EFI, wenn ihr das Ganze mit Legacy machen wollt, müsst ihr das entsprechend abändern, und einen TFTP-Server. Wenn das denn alles installiert ist, können wir uns auch schon unser PXE-Root-Verzeichnis erstellen. Ich nenne das Ganze gerne TFTP-Boot und erstelle das auch im Wurzelverzeichnis. Also mit mkdir das Wurzelverzeichnis und dann TFTP-Boot. Wenn es geschehen ist, müssen wir nun die Konfigurationsdateien für PXE und TFTP erstellen. Ihr könntet das Ganze in mühsamer Handarbeit machen und hier entsprechend die SysLinux-Dateien hin und her kopieren. Um euch das zu ersparen, habe ich ein GitLab-Repository erstellt, wo meine Konfigurationsdateien drin sind, die ich verwendet habe. Ich muss das Ganze also jetzt im Prinzip bloß in mein erstelltes TFTP-Boot-Verzeichnis klonen. Das mache ich ganz einfach mit git klonen und dann der entsprechenden Projekt-URL in das Wurzelverzeichnis TFTP-Boot. Wenn das Repository dann geklont wurde, muss ich im Prinzip nur noch die TFTP-Config anpassen, um eben auf die Datei zu verweisen. Dafür öffne ich mir einmal mit meinem Editor Nano die ETC-Default-TFTP-HPA-Config-Datei. Hier muss ich nur meinen TFTP-Directory festlegen. Das haben wir am Wurzelverzeichnis TFTP-Boot und alle anderen Optionen kann ich hier so lassen. Die funktionieren standardmäßig sehr gut. Mit STRG-O und STRG-X kann ich das Ganze speichern und verlassen. Und nun sollten wir einmal den Service neu starten, um unsere Änderungen anzuwenden. Das können wir ganz einfach machen mit System Control Restart TFTP-HPA-Service. Wenn dies erledigt ist, ist nun erstmal unser TFTP-Server mit den entsprechenden Sys-Linux-Dateien bereit. Nun müssen wir unseren Computern, die denn davon starten wollen, aber auch noch sagen, wo dieser TFTP-Server liegt. Und das machen wir über DHCP. Und ich zeige das ja jetzt wie eben angesprochen für das Unify Security Gateway. Um das hier einzustellen, gehe ich einmal hier in dieses Einstellungszahnrad. Stellt bitte sicher, dass die alten Einstellungen aktiviert sind, sonst sind andere Optionen hier entsprechend woanders. Ich für meinen Teil gehe hier einfach nur in die Netzwerke. Wähle mir denn das Netzwerk aus, in dem ich den Server bereitstellen möchte über DHCP. Und dann kann ich hier in den erweiterten Optionen festlegen, dass ich einmal einen Netzwerk-Boot-Server habe. Trag dann da die IP-Adresse meines Netzwerk-Boot-Servers ein. Und die Datei ist ganz wichtig, die heißt syslinux.efi. Dann unter DHCP-TFTP-Server auch nochmal die IP-Adresse. Grundsätzlich müsste ich das jetzt hier nicht eintragen. Ich trage es aber trotzdem ein, weil man manchmal über TFTP noch Images bereitstellen möchte. Wenn das alles erledigt ist, speichere ich das Ganze und wir sind im Prinzip fertig. Nun ist unser PXE- und TFTP-Server bereit, Images aufzunehmen und diese bereitzustellen. Um das jetzt mal zu machen, zeige ich das jetzt mal am Beispiel Debian. Wir wollen jetzt einen Debian-Installer bereitstellen und dafür brauchen wir das Netboot-Image von Debian. Dieses finden wir auf der offiziellen Debian-Webseite. Link dazu ist auch in der Beschreibung. Und hier haben wir dann den Punkt Booten über Netzwerk. Und da können wir uns für AMD64 die entsprechenden ISOs runterladen. Das ist jetzt hier ein bisschen verwirrend. Da wird man weitergeleitet auf eine FTP-Seite. Hier muss man im Prinzip in den Ordner Netboot gehen. Und dann haben wir hier die Datei mini.iso. Das ist eine ganz minimale ISO-Datei, wo alle notwendigen Dateien für den Installer enthalten sind. Die lade ich mir einfach einmal runter, speichere mir die. Das ist auch relativ schnell erledigt. Und wenn wir die denn hier haben, müssen wir die einmal in unser System einbinden. Dafür öffne ich mir einmal ein Terminal hier und muss mir erstmal einen Einbindepunkt für diese ISO erstellen. Ich mache das jetzt mal hier einfach in meinem MNT-Verzeichnis und da erstelle ich mir einen ISO-Ordner. Ist jetzt bei mir in dem Fall schon angelegt. Bei euch wird er denn entsprechend angelegt werden. Um jetzt die ISO einbinden zu können, muss ich einmal mit sudo mount-o, das ist ein Loop-Verzeichnis, die mini-ISO in das gerade erstellte Mount-Verzeichnis einbinden. Wenn dann das entsprechende Passwort eingegeben ist, steht die ISO auch schon bereit. Wenn wir jetzt in MNT und dann ins ISO-Verzeichnis gehen, haben wir jetzt hier im Prinzip den Inhalt der ISO. Ich gehe jetzt mal im Verzeichnis zurück, denn ich möchte jetzt den Inhalt dieser ISO-Datei einmal in einen Ordner kopieren. Dafür erstelle ich mir in meinem Home-Ordner einmal das Verzeichnis Debian. Und nun kopiere ich mir das Ganze rekursiv von dem angegebenen Ordner ISO, alle Dateien für Sternchen, in mein Home-Verzeichnis und dann in den gerade erstellten Ordner Debian. Wenn das geschehen ist, das dauert nicht lange, es sind ja nur wenige Dateien, habe ich jetzt, wie gerade beschrieben, in meinem Home-Ordner einen Unterordner Debian und hier liegen alle Dateien für SysLinux drin. Was ich jetzt machen muss, ist diesen Ordner noch auf meinen TFTP-Server bewegen. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Hier hättet ihr jetzt theoretisch auch die ISO direkt auf eurem TFTP-Server runterladen können. Würde dann eben genauso funktionieren. Ich für meinen Teil habe mich jetzt hier mal schnell via SFTP verbunden und kopiere dann jetzt einfach hier den entsprechenden Debian-Ordner rüber. Der steht dann hier bereit. Und wir müssen jetzt nur noch die Konfigurationsdateien anpassen. Denn immer dann, wenn wir neue Dateien bereitstellen, müssen wir im später eingeblendeten Boot-Menü diese natürlich auch erreichbar machen. Dafür bewegen wir uns auf unseren Server erstmal in das TFTP-Boot-Verzeichnis. Und hier haben wir dann einen Ordner, der pxe-linux.cfg heißt. Da gehe ich einmal rein und hier haben wir dann eine Datei, die Default heißt und die bearbeite ich erstmal mit Nano. Hier werdet ihr sehen, dass ich schon einige Anpassungen gemacht habe. Diese Datei zeigt im Prinzip auf das Menü und auch die Konfiguration. Hier können wir zum Beispiel auch die Display-Auflösung, also Display-Resolution einstellen. Die standardmäßige Auflösung, die ich hier festgelegt habe, die ist ganz gut, weil die skaliert automatisch mit. Wir können hier dann auch entsprechend den Menü-Background festlegen. Ich habe da mal ein Beispielbild reingemacht. Könnt ihr natürlich abändern. Wichtig ist, dass das Bild die gleiche Auflösung hat, wie hier oben bei der Resolution angegeben ist. Hier im Boot-Menü-Titel können wir dann den Namen eingeben. Da habe ich auch schon hingeschrieben. Name hier kann ich jetzt einfach mal sowas eintragen wie Test oder so. Das sollte also kein Problem sein. Und dann sehen wir hier die entsprechenden Farbkonfigurationen. Sind erstmal unwichtig. Da brauchen wir nichts weiter vornehmen. Dann seht ihr, ich habe euch hier schon mal ein Label erstellt. Dieses bootet einfach von der lokalen Festplatte. Das könnt ihr ja so drinnen lassen. Ihr könnt es auch rausnehmen, wenn ihr es nicht wollt. Und dann habe ich hier schon mal eine Beispielkonfiguration für ein weiteres Label hinzugefügt. Der Label-Name ist im Prinzip so eine Art Klasse, die wir festlegen müssen. Für meinen Teil nenne ich das Ganze jetzt hier einfach mal Linux. Und im Menü-Label dann der Name, der später auch im Menü angezeigt wird. Das können wir jetzt hier zum Beispiel Debian 10 64-Bit-Installer nennen. Dann müssen wir den Kernel angeben. Wenn wir mal in unser Debian-Verzeichnis schauen, sehen wir hier, dass wir eine Datei haben, die heißt Linux. Und diese ist in dem Moment der Kernel. Wenn ihr andere Images bereitstellen wollt, wird das Ganze auch gerne VM-Linus genannt. Muss man jedenfalls immer schauen, wie das Ganze heißt und wie die entsprechenden Anweisungen sind. Ich gebe dann also hier mein Unterverzeichnis Debian und dann die überliegende Datei Linux an. Grundsätzlich könnte man Images nur über den Kernel bereitstellen. Für Debian brauchen wir aber noch das Inidier, was auch für so ziemlich alle anderen Images benutzt wird. Dieses Inidier wird mit der Vorderparabel Append angegeben und dann seht ihr hier Inidrd und dann das entsprechende Istgleichzeichen, wo wir auf das Inidrd-Verzeichnis zeigen müssen. Liegt bei mir, wie gerade erwähnt, auch schon wieder in Debian. Und wenn wir dann wieder in den Ordner gucken, sehen wir hier, wir haben eine Inidrd.gz. Den Namen kopiere ich mir einmal und füge den jetzt hier einfach ein. Und dann sollten wir den Debian-Installer booten können. Mit STRG-O, STRG-X können wir das Ganze speichern. Grundsätzlich ist der Neustart des TFTP-Dienstes nicht notwendig. Die Änderungen werden automatisch übernommen. Um das jetzt zu testen, haben wir mehrere Optionen. Wir können natürlich unseren Rechner über PXE starten lassen. Dafür ist es wichtig, dem Rechner mitzuteilen, dass er das IPv4 und IPv6-Netzwerk-Stack für UEFI aktiviert. Und dann natürlich auch über Netzwerk von UEFI oder als UEFI-Option bootet. Einfacher geht es jedoch mit einer virtuellen Maschine. Da muss man den Rechner nicht immer so oft neu starten. Gerade wenn man hier was testet oder was Neues installiert, dann ist das doch sehr praktisch. Ihr seht hier unten schon in meinem Proxmox-Server habe ich schon mal eine kleine PXE-Maschine erstellt. Die starten wir jetzt einfach. Da ist im Prinzip nur eingestellt, dass er von Netzwerk und UEFI bootet. Und wenn wir dann hier uns mal die Konsole öffnen, dann sehen wir schon, hat er hier schon den entsprechenden PXE-Server gefunden. Den NB-File runtergeladen. Und wenn das denn geschehen ist, seht ihr hier mein Boot-Menü von meinem PXE-Server jetzt in dem Fall. Da haben wir die Optionen, wie gerade beschrieben, Boot-Local. Hier unseren Debian-Installer. Und ich habe bei mir jetzt noch ein paar andere Sachen hier mit reingebracht. Ich starte jetzt mal, um das euch zu zeigen, den Debian-Installer. Dann sehen wir da unten schon in der Ecke, wie er die entsprechenden Dateien lädt. Also einmal die Linux-Datei und das init-rd. Und dann startet hier auch schon der Debian-Installer. Ist natürlich jetzt nicht so schön grafisch aufbereitet, wie wenn man sich eine normale Debian-DVD runterlädt. Ist aber, denke ich mal, kein Problem. Man kann den Installer genauso bedienen. Das war es denn jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denn ich sage, wie immer, bis dahin. Ciao. Ich sage, wie immer, bis jetzt los. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020